Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir mit diesem Let's Play fortfahren, noch ein kurzes Wort des Kommentators. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Wir werden unsere alte, kleine, kümmerliche Welt auf der PlayStation 3 hinter uns lassen, um in ein größeres, fantastischeres und ja, ich denke doch, auch ein schöneres Abenteuer auf der PlayStation 4 durchzustarten. Jawohl, meine Leute, wir spielen jetzt Minecraft PlayStation 4 Edition und da wir ja sowieso nur ein paar Folgen jetzt hatten, denke ich mir mal, wird der Abschied auch nicht wehtun und wir können voller Freude in ein neues Abenteuer starten. So, dann gehen wir mal direkt auf Spiel, jawohl, und selbstverständlich neue Welt erschaffen. So, Name? Was kann man da mal nehmen? Irgendwas aktuelles? Heiß die Lensa? Ostokraine? Oder nein? Nur Spaß? Äh, selbstverständlich, äh, nennen wir sie, mh, können wir jetzt hier wechseln? Äh, wie war das? So, achso, okay, äh, warum muss mal sehen, dann's? Ah, da, 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 da... und jetzt wieder, da, da, da ist alles ein bisschen, ja. Ja, selbstverständlich, let's play! So, hopp, hopp, haben wir es, ist ein, derzeit inzwischen, ja, sieht sich komisch aus, und R2 fertig, gut, haben wir auch, okay, Spielmodus Überleben versteht sich, Schwierigkeit gerade natürlich, heldenhaft leicht versteht sich, ja, wer ist mal die Standardtexturen, Online-Spiele, machen wir mal aus, Weltkorruption, was haben wir da noch, Seed, das muss man überraschen, Welt, was haben wir da, Groß, Mittel, Klein, Klassisch, Selbstverständlich, Selbstverständlich, Klassisch, ne, nein, das, nein, nein, ihr Wolltchen, so, genau, natürlich nicht, nein, 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 natürlich groß, ne, äh, ja, natürlich, klar, ja, ja, sagen wir nicht nein, okay, ähm, das lassen wir mal alles aus, Autospeichern, Deaktivieren, nein, natürlich nicht, Seed ruhig speichern, so, ja, dann würde ich ja mal sagen, ne, dann, ja, neue Welt erschaffen, ne, schauen wir mal, was wir kriegen, ich hoffe, kein Schneebium, kein Schneebium, kein Schneebium, na gut, das wird sowieso da sein, aber ich will nicht in einen spawnen, so, so, komm, jetzt zieh mal zu, ja, 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 gerne, hier mal in den Startbereich, ooooh, wird finalisiert, das hört sich mal so dramatisch an, ja, mach doch mal jetzt endlich, ach Gott, noch mal, wenn ich so, ich bin immer so ungeduldig, oh, Mojang hat ein neues Büro, ne, Mojangs neues Büro ist cool, das glaube ich, was, ach so, auf dem Baum, äh, ja, erstmal machen wir jetzt hier, ne, Truhe, 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 wo ist meine Truhe, ach da, schön, einmal Aussicht, so, hm, okay, da die Welt ja nun größer ist, würde ich sagen, laufe ich auch gar nicht mal so weit rum, sondern man bleibt vielleicht schon in der Nähe vom Startbereich, ich meine, auf der alten, ne, dann, konnte man sich ja nicht so sehr verlaufen, was soll man da hinten schaffen, 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 schön, so, was haben wir hier, äh, Kürbis, Kürbis, Kaktus, Reichenholz, Auerrechenholz, Stücke, oh, Kartoffeln, schön, Pilze, Stärschlitzöcke, oh, Melonsamen, auch fein, gut, gut, äh, dann mal hier, die ich hier mal mit, steht sich, euch auch, hop, und hop, tak, 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 oh, was haben wir hier, schön, ähm, jedenfalls irgendwo Schafe, brauchen auf jeden Fall schon mal Wunde, so, okay, also gut, hier waren wir, wie gesagt, ich laufe mal nicht so weit, ich laufe mal nicht so weit rum, also nicht zu sehr weit, oh, da gehe ich erstmal nicht runter, äh, ihr seid ja so süß, ich weiß, aber es, oh, 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 ja, oh, schön, äh, top, 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 Flemmer, gibt ja nur eine, stimmt, 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 äh, na du, ah, bist du süß, komm her, nickname auf, komm her, zeigt Tablebräner Nummer 2 und dich dann auch noch für Nummer 3, dann, so einmal, ach da, nicht abhauen, nicht abhauen, was ist das denn? Oh Gott, nein, nein, ich haue mal lieber nicht, hop, 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 gut, ok, können schon mal Wettkraften, äh, ja Ich weiß, ich wollte nicht zu weit weg laufen, aber jetzt vielleicht so auf diesen Hüllen wollte ich auch nicht unbedingt bauen. Aber wenn wir jetzt das eh im Bett machen können, dann ist es ja eigentlich egal. Legen wir unseren Spawnpunkt ja sowieso fest. Kuh, schön, komm mal her, komm mal her, los. Legen wir was zu essen. Komm, 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 komm. Ich weiß, ich will mir kein Schwert machen. Oh, drei Stücke. Komm, ich nehme auch noch mit. Komm, 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 komm. Macht man normalerweise ein Schwert, das weiß ich, aber es ist mir egal. Ich mache das jetzt mal so. So, jetzt hauen wir hier schon mal ein Bäumchen mit weg. Irgendeins. So, wo haben wir was? Nehmen wir den hier, komm. Und jetzt suchen wir uns mal ein Eckchen, wo wir bauen können. Wo wir uns erstmal niederlassen können, für den Anfang. Ja, komm, komm, dich auch noch. Schön. Gut. So. Was sieht es denn hier aus so? Aber schöne Melodie im Hintergrund, ne? Das muss man doch mal sagen. So, vielleicht ein bisschen hier. Hm, hier drauf sieht es vielleicht nicht schlecht aus, hm? Na ja. So. Hm. Was ist das doch mal denn mal, ne? Och. Ich glaube, wir nehmen vielleicht mal das Eckchen hier, hm? Ja, genau, komm. Nehmen wir das hier. Oder? Ja. Wir nehmen das einfach. Wir machen da gar kein großes Theater drum. Äh, also Pilze. Achso. Schafe haben auch schon was hier. So, jetzt die gute Frage. Bauen wir uns gleich was hin? Oder klopfen wir uns erstmal hier irgendwo rein? Hm. Äh, ja. Gute Frage, gute Frage. Einfach erstmal hier rein. Hm. Ne, komm. Wir bauen uns gleich vernünftig was hin. So. Okay. Machen wir es mal hier. Ja, ja. Ach. Muss das denn mit? Ja, ja, ja. Ne, ich baue ich nicht, ne. Erstmal so. Dann machen wir uns eine Bergbank. So. Was bringt er mit? So. Ich muss irgendwie diese Info raus machen, ne? Ich meine, ich weiß ja wie es funktioniert. Äh, das dahin. So. Dann machen wir uns erstmal ein Bettchen. Würde ich sagen. Und das machen wir uns auch. Einfach mal da hin. Ach ja. Ich weiß alles noch, als wir bitten. So. Ähm. Jo. Dann legen wir mal gleich los. Gleich los. Gleich los. Mit. Damit. So. Äh. Okay. Gehen selbst. So. Ein, zwei, drei. So. Ein, zwei, drei. So. Genau. Dann haben wir hier. Eins, zwei, drei, fünf. So. Genau. So. 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 So schnell weg. Okay. So. 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 hopp spring da seid ihr neugierig oh das war es schon wieder wir brauchen einen neuen Baum so kommen wir her dich nehmen wir gleich so ich bin mal auf die erste Inseltour gespannt wie groß das hier wirklich alles ist ich meine ich habe mal was gelesen von 36 mal größer ich meine wir werden ja sehen ob das wirklich dann auch stimmt so gut komm mach mal alles gleich so und aber vorher machen wir mal eine Tür so ja ne richtig oder denke ich doch mal ja so jetzt hier da noch hin und da noch hin und da und da und da und da und da und nochmal da da äh meine ich nicht dass die weglassen können ne die sparen können so ein bisschen Rohstoff am Anfang sparen so ich glaube das machen wir auch nein was für ein Fauxpas so ich nehme mit habe ich ihn aufgesammelt ach da ist noch einer Schweinies wir sehen uns noch ähm so ich weiß doch Bescheid damit so deswegen konnte ich eben gerade nicht springen wegen dieser blöden Anzeige das muss ich irgendwie ausmachen gleich das braucht ja kein Mensch das war also so nicht so viel was schon wieder leer äh komm her so dich nehmen wir mit komm jetzt kann man für mich ein bisschen sparen bei Ihnen ich bin also und schon fahre den Sprung ja oh gibt's doch nicht mach es einfach so fertig ist schon nicht so schwer als alle ne gut kommt hier nochmal raus hop so und dann einfach mal so das reicht ja eigentlich schon kann man wunderbar dran bauen ich klop mal mit na schaff ich stelle auch gleich rein so getrautes Heimglück allein ohne Fußboden ohne alles so ich will einfach mal du dein und wir schnappen uns das nächste Bäumelein ein paar Steine wären auch nicht schlecht und Apfel auch gut Kartoffeln würde ich ganz gerne einpflanzen wenn das so geht ich weiß gar nicht testen wir dann klar deswegen fielst du mit einer Bonustour eigentlich auch ganz gut so oh ist das ein größerer Baum es dauert ein bisschen jetzt so kommt hier auch noch hältst du noch hältst du noch hier ist noch was so guck mal ist das irgendwo oder tut das jetzt schon alles die können ich komm mit dem Pilz einmal durch mit dem Kopf ich weiß ob irgendwo noch was ist jetzt machen wir so ein bisschen nach gehen jetzt mal ein bisschen schneller ich glaube das war es ich glaube da war keiner Platz ich weiß gar nicht mehr oh wird schon dunkel dann gehen wir mal erstmal schlafen eine Runde ne so und was da ist doch schon fast dunkel das gibt es doch gar nicht jetzt aber die Sonne geht schon unter oh Tür ist offen ja ja ja